Fastnachtsfreunde Hallo liebe Fastnachtsfreunde recht herzlich willkommen hier in Bürstadt Wir haben heute vor euch den Bürstädter Fastnachtsumzug vorzustellen Wir werden heute von zwei Standarten filmen der Joshua wird mich hier unterstützen, der filmt hier an der Limmelungenstraße und wir sind dann am Fastnachtsmarkt, filmen da da wird mich noch der Florian und der Nikolas unterstützen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bürstädter Fastnachtsumzug mit einem dreifach Donnerdämpf Ja wir sind jetzt hier am Fastnachtsmarkt hier Bei uns ist der Umzug jetzt noch nicht losgegangen Wir schalten jetzt aber mal an die Limmelungenstraße zum Yoshi Ich glaube da habe ich was gehört da hat er schon gestartet der Umzug Ok wir schalten mal an die Limmelungenstraße Hier kommt der Zugmarschall Hier kommt der Zugmarschall Jetzt ist der Zugmarschall Jetzt ist der Zugmarschall Da sieht die Limmelstraße hier Ja, bei uns ist hier immer noch der Umzug, aber die Stimmung wird immer besser. Aber wir waren heute Morgen bei der Prinzessin, wie sie abgeholt worden ist. Da wollen wir euch jetzt mal ein paar Eindrücke davon zeigen. Hallo! 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 Wies! Was sagt er nur alle auf die Gasse ohne? Wer kann ja auch nicht tun? Wer hat denn ihr mit dem Grunde? Ja, kommt alle in die Drohung, ich laufe, du musst zu fahren, es handelt, die AG-Arzt nehmen, wir müssen eine Drohung, ich sage, das ist ein Lob. Lauf, 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 Lauf! Lauf, Lauf, Lauf! Lauf, 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 Lauf! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, bei uns ist hier immer noch kein Umzug, ist aber nicht schlimm. Jetzt schalten wir noch mal zum Joschi und gucken wir wie weit da der Umzug ist. Ab in die Nibelungenstraße. Musik 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 Da ist immer noch kein Umzug, fast nachts warm, aber wir schatten noch mal an die Lippelungenstraße. Ich glaube, da ist schon einiges mit uns. Wir schatten nachher wieder im Dreifach von der Nimm, Laurissa, hello, Laurissa, hello, wir schnappen, hello, wir fehlen uns am Dienstag in Deutschland. Hallo, 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 hallo! Jetzt kommt auch bei uns hier der Umzug. Da kommt der Zugmarscher Allianz hier. Ja, als nächstes kommt der TV Bürstadt und das Wahrzeichen hier drauf von Bürstadt. Wie ist sein aber jetzt? Auf Hochdeutsch, Schweinenabel, Katharina. Der TV amerikanische Fußballer. Die Cheerleaders hat. Wir gucken mal noch mal in die Junge Straße, was beim Yoshi alles da los ist. Die Cheerleaders 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 Die Cheerleaders